Herzlich Willkommen zum Bull Worker Anfänger Programm. Bevor wir morgen beginnen, möchte ich noch gerne ein paar Worte an euch richten. Nämlich, wir werden 5 Tage die Woche trainieren. Sollte es nicht möglich sein, alle 5 Tage mitzumachen, dann fühl dich einfach ungezwungen und mach am Samstag oder Sonntag dein Workout nach, sodass du auch auf die 5 Workouts pro Woche kommst. Jedes Workout wird ca. 5 Minuten dauern in den ersten 2 Wochen, das heißt das ist nicht viel Zeit, die kann jeder pro Tag erübrigen. Und jede Übung sollte mit ca. maximal 70% der Maximalkraft durchgeführt werden. Ich werde jedes Workout mitmachen, werde aber nicht sprechen dabei, sonst müsste ich ein englisches und ein deutsches Workout machen und dann wären unsere Ergebnisse nicht vergleichbar. Zum Thema Vergleichbarkeit, bitte mach heute noch oder morgen vor dem ersten Workout ein Foto von dir, wo du vergleichen kannst, wie hast du vorher ausgesehen und wie hast du nachher ausgesehen, denn das motiviert ungemein, wenn man wirklich sichtbare Erfolge erzielt. Sollten irgendwelche Fragen auftauchen, so bitte schreib es unten in das Kommentarfeld. Und sollte dir diese Serie gefallen, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen und wir sehen uns morgen mit unseren Poleworkern. Bis morgen! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!